das problem bei diesen makita dub 362 laubgebläse das halt dieser taster hier sich auf einmal so komisch angefühlt hat also der ging auf einmal schwergängig und den grund dafür kann ich jetzt eben erläutern also du schraubst einmal die ganzen schräubchen raus mit langen kreuz schlitz und dann hast du hier an der stelle ein taster liegen der beim hebel quasi diesen taster betätigt also quasi so der ist recht schwergängig wieso man das überhaupt so konstruiert hat ist mir schleierhaft so wenn man sich das anguckt hast du ein stück welle da abgebrochen und hier hast du in der regel zwei wellen die zur seite sag ich mal abstehen das wird dann hier eingelegt hier zwischen noch eine feder dann wird das hier sauber geführt und betätigt mit der zeit wenn du das halt öfters nutzt dann scheren einfach ab jetzt ist mein plan das hier durch zu bohren und metallische welle durchzustecken um das hier quasi zu reparieren also das ist ich kann mir vorstellen das wird bei sehr vielen der fall sein dass das an der stelle abbricht das wird recht schwach ausgelegt an der stelle mit dem mensch über nachgemessen ist das eine vierer welle die man hier bräuchte ich habe aber sagen wir sagen so ein dreier bolzen damit wird es auch tun das heißt mit zweieinhalb werde ich zweieinhalb bohrer werde ich hier durch bohren dann das hier durch stecken den kopf hier abschneiden dann habe ich eine welle dann sollte es wieder funktionieren so jetzt habe ich das hier durch gebohrt schneide ich den kopf ab und stecke das hier zwischen und dann ist das repariert meine sonnen so ein schalter kostet um die 25 euro und dann ist es richtig schnell repariert schafft jeder so sieht das jetzt aus das ist jetzt durch gebohrt die schraube durchgesteckt kopf abgeschnitten ihr könnt ein m4 nehmen durchbohren mit dem vierer oder ihr dreieinhalb bohrer und dann die schraube durchstecken kopf abschneiden dann habt ihr so ein zustand hier das ist jetzt in dem fall ein dreier durchmesser mit zweieinhalb gebohrt und 29 lang also dann dass das wird hier auf jeden fall hier anpassen so sieht das dann aus man muss noch reste der welle daraus popeln sage ich mal und dann kann man das hier so einsetzen und dann wird das wieder wie neu vom zustand hier also vom gefühl hier zumindest so sieht das dann eingesetzt aus also quasi die wölle raus jeder eingesetzt also sind zwei fehler hinein und dann hast du halt so ein zustand hier an der spitze kann man noch ein bisschen fett aufpacken damit der verschleiß bisschen weniger wird und dann wird das funktionieren so das ist jetzt eingesetzt also der unterschied ist wie tag und nacht also dass das rutscht nicht mehr nach vorne oder sowas ist recht sehr kostengünstig repariert dann kann man wieder stoff geben also ein paar hintergrund infos zu dem laub gebläse der ist jetzt schon seit gut drei jahren fast täglich genutzt deswegen hat man da ermüdungsentscheidung am stecker und der hat immer noch gut kraft die batterien sind nicht mehr so gut in saft aber als schon top teil also ich nehme das so als elektro besen sage ich mal also jetzt nicht viel laub sondern um die terrassen vom laub zu befreien und vom dreck und was weiß ich also elektro besen also als funktion wie gesagt funktioniert wieder den ersten tag